Das hier ist mein Zweirad-Fuhrpark. Nice, oder? Und jetzt kommen wieder die ganzen Simson-Freunde und lästern wieder ab. Aber ey, egal ob diese oder Simson, macht beides ultramäßig Bock. Hauptsache, man kann ein bisschen rumfahren und Spaß haben. Die Smile-Räder habe ich erst vor zwei Jahren entdeckt. Habe den zuerst gekauft, ein bisschen rumgefahren, hat richtig Spaß gemacht. Dann wurde der Fuhrpark immer größer. Man muss ja auch den Zeitgeist von heute gerecht werden. Deswegen, die neueste Anschaffung ist unser Elektroroller. 250 Watt, 24 Volt. Sieht noch nicht viel aus, macht aber trotzdem richtig viel Spaß. Die Roller sehen zwar aus, als ob sie nicht mehr fahren würden, fahren aber richtig geil. Das Besondere daran ist, dadurch, dass hier alles fehlt, kann man noch viel geiler damit rumfahren und sich hinhauen, bis sie ans Limit gehen. Leute, was fahrt ihr so? Simmer oder andere Zweiräder? Lasst es mich wissen.